Halloooooo Alter, Christian, du sprachst doch hier vorhin von Zwei solchen Bögen hintereinander, ne? Ja Waren das nicht sogar drei? Ich bin hier gerade, da sind zwei Ich bin genau dazwischen, da bin ich jetzt Du hast schon getötet am Anfang Hm Ist dir denn vielleicht ne Idee... OOOH! Ich drowne ja, Alter Pfff Keine Ahnung, wo das ist, ey Waren wir nicht hier unsere Base irgendwo aufbauen? Wenn ihr nicht mehr wisst, wo das ist, dann ist das nicht Scheiße Ja, ist halt aber kacke ohne Kassi, ne? Ja, das ist doch scheiße, wir müssen uns erstmal auf den Mist Mit Sleep Impact, da hätten wir uns nicht mal wieder suchen müssen Kleines provisorisches Ding Hm Aber jetzt sind keine Bäume da näher, das ist scheiße Ja, das stimmt Dann lass wir mir die nächsten Welt finden Und dort anfangen Ich find ja ich seh kein Tier wirklich mit 1 Ich find ja ich seh kein Tier wirklich mit 1 oh ja 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 der wird gg ja kommt zu mir ja ja das ist ganz ja ohne fahrten kreuz ist ich dich es hält irgendwann als stroh dumm ist scheiße es hat sich am stein versteckt ist schlauer als wir was läuft gegen den baum ich lasse ihn in den arsch rein gg ich habe über angst dich zu hätten naja das ist ach er läuft ein spiel oh oh achtung achtung da ist ein spieler längst uns equipt komm komm hier rein komm in deckung da ist noch einer oh oh wow aha wo bin ich denn hier bei den zwei dinger die sind in den großen stein jetzt gelaufen mhm das vergrenzen nice und ich sehe eine airbase habt ihr das schon nö ich sehe eine airbase auf dem was da wohl loot gibt marsch ja haben die abgeschlossen hm diesen sommer findet es ist aber wir sind in Oh ja, plus 20 Mitten im Wasser, das Häusling Oh Gott, da hinten sind Spieler scheiße, die sehen HD-Klitter Meinst du uns? Ja Auf die andere Seite gehen, da aufbauen dann Ja, das machen Wollen wir schwimmen oder einmal drum herum laufen? Schwimmen Ja mein Habt ihr mich gesehen? Schnellweil Habt die ganze Zeit so einen scheiß Southbuck, Alter Ja, okay Ich bin richtig auf die Eier, dass ich die ganze Zeit durch Gras laufe Oh, mega laut Ich schwimme mal langsam irgendwie Da hinten bist du Da hinten bist du Ich bin überfeucht Bist du jetzt auf einmal so schnell, Alter Spreng ist die Taktik Mein Pelz Ja, es sind auch genug Bäume in der Umgebung Bist du einmal der Blitzer, Alter So, komm jetzt bauen wir Ich weiß nicht Das einfach Ja Nervous Machen wir das hier einfach so Ja Ich hab jetzt das Ding hier Floor Das ist ein Pferd Kann ich nicht fahren Everyhouse needs the foundation, Oster Das ist ein Pferd, Leute 50 Halt, Alter Puh Er ist Pferd, kannst du killen Ist er die schnell weg? Hm Wir müssen versuchen mit rechts Klick rein zu hauen Oder du hast Klick und das Vieh läuft gegen Eine Wand Steck dich auf festes Duckdale Das ist gut Ja Hau da ab Versuch wegzureihen Yo, wie schnell das Das ist Kein Holz mehr Was? Endaufs Dann bau du mal Hammer oder so noch Kannst du die Dinger hier Upgraden Glaub ich irgendwie Du hörst du nicht wie Du hörst du nicht kaputt warrad Scheinbar doch nur drauf rum Oh ja Oh ja Oh ja Es kostet 200 Mach dir ein sleeping bag Weg Warte Warte Das ist mega schwer ohne Faden Platz Mach dir mal ne Hose, Alter Mach dir mal dein Arsch ey Gefällt dir da was Nee Gehe Ah hier ist ein sleeping bag Ich hab jetzt auch meinen hier Das Ding hat voll mein Speer gefressen Wieso lebt das noch ey Das Ding hat voll mein Speer gefressen Ja musst du doch noch nachhitten Ein Speer reicht da nicht Das Ding ist Hat aber gewirrt und rennt jetzt Das ist jetzt meine Ist das jetzt meine? Doch ey Meine Tiere Gibt's denn Tiere ey Oh Gott Ja Aber der hat nur 200 helft Wenn du den kaputt machst Ist der auch kaputt Ja Deswegen kannst du ja auch mehrere bauen Achso du kannst ihn aber trotzdem Für nen Freund machen Aber dann gehört das dir halt nicht mehr Ehrlich? Nee dann können aber alle drin schlafen Deine Freunde und du Dann steht doch dann Sicher? Ja Ich bin mein Speer wieder Müssen auf jeden Fall einmal upgraden Weil ich glaube durch die Dinger kommt man ziemlich schnell durch Boah scheiß Herrsch getötet Machst du schön Flo Ja Wie zerlegt denn jetzt so ein Herrsch? Er fährt drauf Ja Ja Draufhauen Bis es tot ist Ja Das ist immer Das Ding verschwunden Ja dann bist du fertig Ich hab aber nicht Ich hab aber nichts bekommen Doch Bei Minuten Oh Ich hab nichts bekommen Ja Ist dein Inventar voll Nö Ich hab einfach nur nichts bekommen Sicher Es kann sowas passieren Kann sowas passieren Ja euch passiert sowas nicht Ja vielleicht hast du aber was anders gemacht Ja Ich hab mich bis runter geplumpst Du Alter Stimmte mit den Treppen nicht Ja ne So das war's jetzt hier aber Scheiße ich hab kein Holz mehr Das ist ja cool Komm mal rein hier Komm mal rein hier Warte Ah okay Kapatt Ach komm Ich hab's drauf Ich kann mal Ich kann mal Auto reiße dich mal hier dran Dann kann man hier in der Nähe bauen Aber andere nicht mehr Ich sag Mhm Irgendwie in 50m Radius oder so Mhm Cool So Kämpfeuer könnten wir eigentlich auch machen Mhm Ich hab erstmal Holz weiter fahren Ja Ein Klick sind ja aber keine Steine in der Nähe Ja Aber Steine hab ich Über 600 Stück Das ist gut Die Foundations unten musst du auch noch upgraden Ja Ja Das war so ein richtig riesiges Haus Paolo Ja Wird da eigentlich aufhören Nix Jetzt hab ich da noch nicht Weil du hast die Treppe da mega interessiert Damit man einen sehen kann wenn man da hoch läuft durchs Fenster Ja Pssst Spann die aus wo ich stehe Ja das ist der Sinn Hallo Pfff Rond half haben einen Karten Nix Warte ich werfen zurück Wollen wir mal testen ob das geht mit Steaming Pack Ja Ja Nein Ich hab noch einmal viel AP Ich hab 60 Ich bin mir voll Pils OP Pils OP Oh ja Oh ja Voll geil Rond am Rad Oh voll schön hier Mhm Ja Müssen wir nur noch unsere Tür irgendwie sichern Ähhhh Metal Fragments Ofen Na erstmal Feuerarbeit machen Genau Erdbench Low Grade Fuel Und da Da 3 Animal Fett Die kann ich machen davon 17 Stück Was braucht man davon? 100 Puh Ich steck fest Ragh finally Ah danke Na ja Freunde ich höre ja Auf mit der Folge Tschüss